Also, das Papier legt man jetzt da auf und in Stur auch, ob das Papier in Stur holt. Das Papier ist zu schwach, hält den Stein nicht aus. Das Papier ist ja immer mit Stur. Das ist wieder Papier, gell? Kinder, das ist das gleiche Papier wie vorhin, nur jetzt hält es. Was ist da jetzt der Unterschied? Was?